Ich zeichne eine Fremde im Café. Ich war eigentlich dort, um zu lernen, aber guckt euch sie mal an. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie krass sie wirklich ist. Meine Zeichnung sollte auch wirklich so werden, dass man sie erkennt. Ich habe freihändig einfach mal angefangen zu zeichnen. Währenddessen habe ich gemerkt, sie hat einfach ein Tattoo am Hals. Liebs. Alle meine Zeichnungen lade ich übrigens hier hoch. Und wie ihr mich kennt, integriere ich auch immer gerne einen Spruch in meine Zeichnungen. Einfach einen Spruch zum Nachdenken. Ihr wisst ja gar nicht, wie nervös ich war, sie anzusprechen. Ihre Reaktion seht ihr im nächsten Teil.